hallo und herzlich willkommen und freunde gepflegten bierverkostungen ja heute seid ihr leider falsch denn wir haben mal wieder einen cider hier im test und zwar den brothers toffee flavor apple cider jetzt mag man sich vielleicht denken ja gut das klingt eher extrem süß und ja wer mich kennt der weiß süße getränke bist du eher falsch bei mir grundsätzlich aber ich dachte mir trotzdem ich habe es gerade bei uns im lokalen supermarkt des vertrauens gesehen und dachte mir hey das sieht witzig ausprobieren wir es mal wird wahrscheinlich extrem süß sein ist von dem was ich gelesen habe ursprünglich als halloween special geplant gewesen wird jetzt aber ganz jährigen sortiment aufgenommen ja ich sag mal so das ist für mich so etwas typisch amerikanisches irgendwie so amerikanisch halloween toffee apple extrem süß allein der geruch jetzt schon reicht mir eigentlich bereits aber hey wir wollen ja nicht unfair sein dem cider gegenüber ich versuche dem ganzen zumindest offen gegenüber zu stehen ich kann es mir trotzdem schon ungefähr vorstellen wie das schmecken wird auf jeden fall kann ich jetzt meinen tisch putzen gehen denn das ding hat anscheinend kohlensäure ohne ende meine ganze hand klebt und das ja der geruch ist wirklich wirklich nicht gut also das riecht wirklich extrem süß trotz alledem beim banana lambic habe ich mir auch nicht viel erwartet und das hat sich spontan als richtig geiles bier herausgestellt vielleicht ist es ja hier mit diesem cider gleich schauen wir mal prost prost schmeckt das köstlich ja sehr süß auf jeden fall ich weiß ich werde es bereuen aber ich nehme gleich mal noch einen schluck ich habe es am anfang ich habe es am anfang ja erwähnt so stelle ich mir amerika vor das zeug ist viel zu süß schmeckt viel zu künstlich das ist eine fette flasche das ist quasi alles was ich mit amerika verbinde zu viel zu ungesund und generell zu süß also das schmeckt tatsächlich einfach nur wie es würde man den cider nehmen den apfelgeschmack so gut wie raus destillieren und in dem mineralwasser was dann übrig bleibt kartierte äpfel auflösen und zwar nicht einen sondern pro liter ungefähr 100 also es klebt mir wirklich das maul zusammen meine lippen kleben der geschmack ist künstlich und irgendwie ekelhaft ich weiß nicht ich wollte gerade sagen dass das vielleicht für kinder ganz toll sein könnte aber ich weiß nicht ob ich keinen alkohol empfehlen würde also ich weiß wirklich nicht was das soll ich meine es ist wahrscheinlich okay anscheinend ist der bedarf an extrem süßen und künstlichen und ekelhaften seiten da sonst hätten sie das zeug nicht von einer saisonalen spezialität zu einer ganzjährigen serie gemacht aber boah gottes willen das ist wirklich ekelhaft also wie gesagt da merkst du auch keine äpfel mehr das könnte wirklich ein mineralwasser mit 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 toffee geschmack sein das schlimme ist nach den ersten paar schlucken gewöhnt man sich so langsam an den geschmack es erinnert mich einfach vom geschmack her so sehr an an irgendwelche so mit mit diesem richtig süßen karamell gefüllten bonbons also ich meine ja es heißt toffee apple ich weiß ich habe ja auch schon gewusst fast auf was es hinausläuft das schlimme ist irgendwie habe ich das gefühl wenn es nicht so intensiv wäre wäre es vielleicht gar nicht so schlimm ich denke mal wenn man das hat ungefähr die hälfte runter trinkt und dann die hälfte mit wasser auffüllen würde das wird vielleicht gar nicht so schlecht schmecken weil man merkte irgendwie schon also es gibt so ein paar noten wo eigentlich ganz okayer cider geschmack durchkommt nur gesagt es ist halt einfach zu süß und einfach zu intensiv für meinen geschmack ich bin vielleicht ein bisschen anders eingestellt aber was ich jetzt allerdings versuchen werde ich werde das jetzt mit wasser auffüllen das ist etwas was ich normalerweise nicht tun würde aber ich versuche mal ob es dann besser ist wir können es ja nur mal ausprobieren also wie gesagt so kann ich das niemandem empfehlen persönlich schauen wir mal ob das jetzt geholfen hat oh ja definitiv das hilft dem ganzen definitiv also wenn ihr die flasche ich sage mal eins zu eins mit also seil und wasser mischt dann kommt was raus was man tatsächlich trinken kann dann kommt auch jetzt ist der toffee geschmack nicht mehr so intensiv sondern eher so ja immer noch stark bemerkbar aber eher im hintergrund jetzt merkt man auch ein bisschen mehr die apfel note ein bisschen mehr den cider raus also ja wie gesagt das das hat meine meinung von dem ding jetzt definitiv erhöht aber so wenn ihr das pur trinkt das ist so wie wenn ihr keine ahnung wenn einfach puren frisch gepressten apfelsaft trinkt das ist mir persönlich zu süß also nur damit ungefähr wisst wo wir uns hier bewegen wenn ihr gerne puren apfelsaft so trinkt dann ist das vielleicht okay für euch aber ich persönlich würde dann immer mit mineralwasser mischen und auch hier wenn man es ein bisschen mischt dann kommt den kommen die ganzen geschmäcker definitiv besser zur geltung und das steht dem dem getränk doch schon ganz gut zu gesicht für alle die mit cider vielleicht doch noch ein bisschen apfel geschmack und dergleichen verbinden wollen die sollten sich von dem eher fernhalten finde ich persönlich mein geschmack ist es schon mal überhaupt nicht aber ich sage mal es ist wenn man es mit wasser streckt ist es zumindest trinkbar auch wenn ich es mir nie wieder bestellen würde es ist zumindest nicht mehr ganz so schlimm ja also man merkt eigentlich außer diesem extrem starken toffee geschmack und vielleicht einem touch von 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 so einem mehligen apfel viel mehr merkt man da einfach nicht und das ist ja schade um die äpfel wenn da wird äpfel drin sind ich würde gar nicht wetten drauf naja egal schade das war eher ein reinfall ich hatte vielleicht irgendwie hatte ich darauf gehofft dass es vielleicht trotzdem ein ganz interessantes getränk ist aber es hat eher meinen erwartungen entsprochen ja viel zu süß viel zu intensiv für mich persönlich aber für all diejenigen die es gerne süß und intensiv mögen vielleicht mal nen versuch wert und wenn ihr generell kein freund von cider seid keine angst da merkte von den äpfeln wenn ihr es nicht mit wasser streckt eh nicht viel und mit diesen halten warten bis zum nächsten video tschüss auf der da tschüss und gut bei